Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Friday the Thirteenth. Yeah, endlich wieder! Und ja, ihr wundert euch nicht, es könnte sein, dass das Auge ein bisschen kleiner ist als das andere. Es schreckt euch nicht. Es ist einfach nur, weil das Auge ein bisschen lediert ist. Ich hab da sehr dran rumgefummelt heute, weil da irgendwas drin ist. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. So. Aber endlich. Endlich, endlich, endlich. Schauen wir es, endlich wieder dieses Spiel zu spielen. Schauen wir, wir kommen schnell in eine Lobby und wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Bis gleich! Ups. Oh. Oh, wir sind... Wir sind der Killer! Oh mein Gott, ich weiß noch gar nicht wie es geht. Erstes Mal Killer. Äh, eh. Nehmen wir einfach mal. E. Chillen jetzt erstmal unsere Base. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich kann das doch nicht. Okay. Kann ich mich porten? Sense Available. Ah, Moment mal. Eins. Okay, gehen wir mal hier hin. Da ist auf jeden Fall jemand. So. Mal schauen, wir gehen hier einfach mal rein. Müsste ja oben sein. Was? Was? Kann ich mich zu dem importen? Ne, ne? Muss wahrscheinlich runtergehen. Ich habe echt noch keine Ahnung. Das ist mein erstes Mal als Killer. Ich habe davon so null Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie geht das? Hi. Schiff is available. Was heißt Schiff? Was heißt Schiff? Dann machen wir mal drei. Okay. Was auch immer das ist. Hilfe! Passt. Oh, Police. Fuck you. Moment. Wir machen es mal hier. Ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Lass mich doch. Ey, du doofe Kuh. Oder war er das? Ich habe dich. Okay, komm her. 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 Wir sind nicht auf dem Boden. Oh, ich bin gleich auf dem Boden. Und jetzt auch, wenn wir da hinten mit gehen. Ich weiß nicht, was die einen hier auf dem Boden macht. Ist sie tot? Kann ich's mit ihr machen? Tappi ist tot. So, Moment. Einmal kurz da hin. Wo sie ist. Was ist Stork? Ich weiß es nicht. Was ist das? Naja. Okay. Ah, okay. Oh. Oh. Ihr merkt, ich bin da sehr sehr unerfahren. Würde ich sagen. Okay, Moment. Sie ist hier. Was wir jetzt machen ist, ist sie hinten raus? Alter. Die Tür geht nicht. Doch. Oh. Jenna. Komm schon. Komm schon. Wir sind ein trauriger Jason. Wir sind, wir sind nicht dafür gemacht. Wir wollen doch nur Liebe. Kann ich hier nicht rein? Warum nicht? Und warum? Komm schon. So, ich stehe da rumrum. Sie geht da raus, sie geht da raus, sie geht da raus. Komm schon. Oh Gott, 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 oh Gott. Boah, das ist megaschwer muss ich sagen, also Hut ab! Oh ja, ich merke das schon. Polizei, ich ergebe mich. Oh, da hat jemand geklingelt. Einen kurzen Moment. So, entschuldigt. Da war der DHL-Mann und der lässt sich ja nicht so einfach abwimmeln. Moment mal kurz. Ich muss mal kurz hier... Ich möchte mich nicht morphen. Cancel. Cancel. So. Schau mal kurz. Da hinten sind welche. Ach, die laufen da gerade hin. Okay. Na gut. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber der DHL-Mann, der wartet ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich bin hier mitten... ...mitten drin. In irgendwas. Aber... Ah, warte, warte, warte. Da kommt was. Hey Siri, okay. I see you. Hier. Hier direkt. Moment. Da. Schön. Vielleicht laufe ich an dir vorbei. Alter! Wie das aussieht! Wie das aussieht! You cannot die. You can never die. Okay. Es ist bei der allererste Runde, ja. Und der... Ich hab das Gefühl, die verarschen mich. Ich kann nicht verarscht werden. Ich kann nicht verarscht werden. Ich wein' gleich. Dann geh' ich wieder. Ich trauriger. Ich weiß gar nicht, wie viele leben denn noch. Achso. Ja. Errungenschaft freigestaltet. Es ist... Ich habe einen von sieben gekillt. Naja, gut. Immerhin einen hab ich erwischt. Kommt. Fürs allererste Mal Killer sein. Kommt. Und ich hab das Spiel jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Continue. Ah, unlocks. Okay, the rocket chick haben wir jetzt freigestaltet. Returning to the lobby. Leave this match. Und dann machen wir mal ein neues Match. Eine neue. Ein neues Quick. Quick Play. Ich muss wahrscheinlich bei der ersten Runde dieses Filmchen rausschneiden. Weil da die Leute hier schöne Sachen gesagt haben. Und ja. Kann ich hier eigentlich nicht auswählen? Ah, okay. Oh nein. Die ist doch neu. Ah. Level 18. Okay, wir bleiben immer noch bei ihr. Accept. So. Und I'm ready. Wir sind nur zu viert. Okay. Gut. Komm runter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay. Wir sind wieder Survivor. Was sehr gut ist. Na ja, als Survivor fühle ich mich irgendwie wohler. Ich habe gerade kurz in der Pause quasi was gegessen. Nicht quasi, sondern ich habe was gegessen. Nein. Aber jetzt komme ich ja bestimmt nicht mehr raus. Doch. Okay. Ich laufe einfach mal hinterher. Bleiben einfach zusammen. Habe ich jetzt so beschlossen. Hier ist voll die Schleichwerbung. Oh, 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 oh. Da ist auf jeden Fall was geflogen gekommen. Ich laufe hier. Komm schon. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! Oh! Nur gut. Ich akzeptiere es. Heute ist kein guter Friday the 13th. Oh! Toll. Na gut. Ich habe aber zu begetragen, weil er kommt ja erst, wenn drei tot sind. What? What? Witzig. Und die Police, die kommt. Das ist aber nicht so gut. Ich glaube nicht, dass ich eine große Hilfe bin. Liebe Leute. Witzig. Gut, dass ich noch drin geblieben bin. Und alles wird aufgenommen. Okay. Das ist immer, das ist ja wichtig immer. Ja, ich komme. Ich weiß noch nicht genau, wo er ist. Wo bin ich denn? Alter Schwede, der ist mega weit weg. Ich versuche jetzt mal zu ihm hinzukommen, aber ich darf ja nicht hier meine Stamina so verschwenden. Eigentlich. Manchmal kann man sich nicht mehr bewegen, dann. Ich bin fast da. Da ist er doch. Irgendwo hier. Was ist denn im Haus? Ich tötere gerade jemanden. Huh. I was chosen to stop you. Bist du? Ist das eine Person? Ja, komm. Nein. Alter. Ich habe ihn doch einmal getroffen, oder? Habe ich das? Wenigstens einmal. Schade. Na gut. Ich war keine gute Hilfe. Sagen wir einfach, diese Folge war sehr traurig. Ein trauriger Tag. Im Leben der Ipanema. Wie hört Musik? Hui. Die hört coole Sachen an, muss ich sagen. Die macht hier eine Hausparty. Die. Weiß ich nicht. Die wartet bis die Puddy's arrive, wahrscheinlich. Hm. Die sieht so richtig, als ob sie so gleich Party machen geht aus. Eigentlich müsste sie hier sein. Und Party machen. Na gut. Das war's. Na gut. Würde ich sagen. Das war's mit dieser Folge. Freitag der 13. Und ähm. Ja. Ich hoffe, die nächste Runde wird besser. Die nächste Folge. Und ja. Heute war echt deprimierend. Es wird besser. Es wird besser. Ich muss es öfter spielen. Eindeutig. Viel, viel öfter. Es macht einfach so viel Spaß. Naja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, die nächste Folge wird nicht lange auf dich warten lassen. Und ähm. Ja. Macht's gut bis dahin. Tschüss.